Das ist meine Freundin. Wir kennen uns vom Theater-Workshop. Bist du noch nie verliebt gewesen? Und wieso lässt du dich mit mir ein, wenn du weggehst? Wenn nichts aus der Beziehung werden kann? Roche, dein Bruder kann keine Kinder zeugen. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Und der wäre? Dass du versuchst, mich zu schwängern. Mit Paula bist du nicht zusammen, klar? Du vögelst sie nur. Mein Vater ist schwul. Was ist das? Gar nichts. Werbung. Der Hausmeister. Sag, hast du Müll? Na, das fängt ja gut an. Ich glaub's nicht, Mann. Warum wollen Sie nicht als Hausmeister arbeiten? Ich hab mir das nicht ausgesucht. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Vielen Dank.